Ja hallo und herzlich willkommen liebe Community zu einer weiteren Folge Station hier ist mit mir dem Chrissy Schnissi hier auf Venus und ja wir haben, ich habe nochmal ein bisschen was verändert hier auf der Karte, das zeige ich euch gleich auf der Map, aber wir haben hier irgendwie ein kleines Problem und zwar unser Wasser wird zu kalt, ich weiß nicht warum das zu kalt wird, wir sind jetzt gerade beim Laden, es sind mir gerade die das Wasser wird immer kälter, warum, hier drin sind 20 Grad, warum wird das Wasser so kalt auf einmal, ich verstehe es nicht, das Wasser wird immer kälter, ich kann mir nicht erklären warum, wir heizen hier mit, es ist okay, wir heizen auf 25 Grad, so wie ihr habt, ja also ich habe noch ein bisschen umgebaut, zeige ich euch gleich, die Wassergeschichte da oben ist noch nicht automatisiert, aber da sind jetzt Turbopumpen dran, damit sparen wir ein bisschen Zeit, aber ich habe jetzt auch Dagger vorne gepflanzt und habe schon mal ein bisschen H2 hergestellt, um Wasser herzustellen, das müssen wir noch automatisieren, das haben wir ja nicht gemacht, aber jetzt müssen wir erstmal Lage peilen, warum wird denn hier das Wasser auf einmal so kalt, oh hier sind schon wieder die komischen Luftlöcher, also hier hängt nichts dran an der Wasserversorgung, oh uns geht die Energie aus, aaaaaaah, verdammt, eieieieiei, uns geht die Energie aus, aber Hardcore geht uns die Energie aus, ja, und irgendwie wird das Wasser jetzt kühler und ich weiß nicht warum, das ist irgendein Bug, jetzt sind mir hier gerade die Dagger, sie stürmen, weil das Wasser zu kalt ist, beim Laden des Safecams, aber ich habe da nichts dran, was irgendwie, was irgendwie das Wasser kälter machen könnte, die Wasserverbindung ist nur zwischen diesen beiden Räumen, und die Winterspawns machen auf jeden Fall das Wasser nicht kalt, ist schon 18 Grad, Alter, was ist denn das, warum, hier sind 26 Grad in dem Raum, verstehe ich nicht, hä, warum ist denn das Wasser so kalt, es wird immer kälter, das muss doch ein Bug sein, das ist doch ein Bug, das kann doch nicht sein, also die machen das Wasser auf jeden Fall nicht kalt, das weiß ich, hier die euren Pillen-Dreherkugeln hier, ähm, ja, so, hier, den Rest können wir da hinschmeißen, weil, wir wissen nicht, wohin damit, ja, warum wird das Wasser kälter, 37, 37, 37 sag ich schon, 13, also ich verstehe es nicht, ähm, Ja, die werden jetzt irgendwann sterben, die Duggies, weil, weil, Mann, ja, ist doch gut, aber warum wird das Wasser so kalt, 26 Grad sind hier drin, hier ist alles gut, verstehe ich nicht, okay, wir müssen jetzt mal ganz schnell ein paar Wasser, äh, äh, Wasser-Radiatoren bauen, äh, Liquid-Radiatoren, ich hoffe, ich habe noch Gold, ich weiß nicht, war nicht mit Gold, war nicht mit Gold, war nicht mit Stahl, ich weiß es nicht, und geht auch das Wasser aus, warum, also, das Wasser geht uns nicht aus, aber warum, ich verstehe nicht, warum das Wasser kalt wird, das muss ein Bug sein, das muss ein Bug sein, das geht nicht anders, das ist ein Bug, muss, weil der, der Winterspawn-Raum ist warm, ähm, los, komm, bau mal jetzt hier vier Stück oder so, ähm, der Winterspawn-Raum ist warm, und 17,5 Grad, das wird immer weniger, 17,4, verstehe ich nicht, hier ist keine Atmosphäre, von hier kann das nicht kommen, so, kannst du aufhören, ne, warte, ein Bauer noch, vier Bauer, los, komm, gib Kette, äh, da spritzt es auch alle hier, oh, man ey, wir brauchen mehr Solarzellen, ist schon gerade draußen, ah, ey, das ist gut, die Energie brauchen wir, die Energie brauchen wir gerade, wir haben ja noch ein paar Windräder aufgebaut da oben, die Energie müssen wir auf jeden Fall haben, und dann müssen wir uns mal überlegen, wohin wir unsere Solarzellen dann noch bauen, also wir müssen dann nochmal weiter bauen, ähm, wir brauchen noch mehr Solarzellen, die, die wir jetzt haben, reichen nicht, da müssen wir aber leider dann in die Richtung bauen, weil in die Richtung bin ich jetzt an den Berg angekommen, da geht also nichts mehr, da können wir nichts machen, so, warum wird das Wasser jetzt kalt, ich verstehe es nicht, wir haben ja hier 26 Grad, das heißt, wenn ich die jetzt hier drauf baue, müssten wir eigentlich eine Wassersteigerung, einen Wassertemperaturanstieg sehen, weil hier drin sind 26 Grad, gut, das sind 8000 Mol, die brauchen ein bisschen, ja, bis sie warm sind, aber es kann doch nicht sein, warum, was, 17,3 steigt wieder, Temperatur steigt wieder, 17,3 weiß nicht, warum die Temperatur gefallen ist, ich habe keine Ahnung, also es gibt nur eine Verbindung zwischen diesen Dingern hier, geht die Leitung hier hoch, ja, und geht hier raus, geht oben lang und geht außenrum zur anderen Wasserleitung, ja, also die Wasserleitung hier für die Duggies ist genau die gleiche wie drüben für die Winterspons, die Winterspons haben wir gerade kontrolliert, die sind auch bei 25 Grad, der Raum kühlt die Leitung nicht ab, hier haben wir 26 Grad, der Raum kühlt die auch nicht ab, dennoch, es kühlt immer noch, 17,28, das kann doch nicht sein, die haben 26 Grad, naja, das ist ja Raumtemperatur hier, verstehe ich nicht, das ist, es muss ein Bug sein, weil wir jetzt haben wir hier schon Radiatoren dran und wir sind in einer 26 Grad heißen Umgebung von 97 KPa und da muss das Wasser steigen, von der Temperatur, aber es fällt, es fällt immer weiter, raffe ich nicht, ich habe auch nichts außerhalb, was irgendwie, äh, die Temperatur annehmen könnte, außer möglicherweise irgendwelche Pumpen oder so, aber dann müsste das Wasser ja steigen und nicht fallen, verstehe ich nicht, so, die Duggies hier, die sind da auch schon so gut wie tot, oder? ja, die haben auch schon Schaden, hm, naja gut, wir pflanzen erstmal neue, das haben wohl auch schon einige Leute beschrieben, dass Savegames korrupt sind, aufgrund des aktuellen Patches und ich denke, das wird mir auch passiert sein, äh, dass die Pflanzen nicht richtig berechnet werden beim Start und jedes Mal beim Start des Savegames einen Schaden bekommen, na, und dementsprechend, die irgendwann tot sind, weil die bei jedem Savegame load, kriegen die einen Schaden, okay, aber das ist jetzt nicht unser Problem, unser Problem ist wahrscheinlich eher ein ganz anderes, nämlich, dass wir jetzt erstmal Lage peilen müssen, was wir hier machen, ähm, wir haben ja genug Wasser, das heißt, wir könnten theoretisch ein paar, äh, ein paar Tomaten pflanzen, um dann hier wieder Gas zu produzieren, um wieder Wasser zu produzieren, ich meine, wir haben 18, 8000 Mol, aber die Temperatur steigt, fällt immer weiter, ich verstehe es nicht, warum, wir müssen jetzt nochmal Kontrolle machen, wir müssen jetzt nochmal die ganzen Wasserleitungen alle kontrollieren und müssen nochmal gucken, woran es liegt, so wie gesagt, viel habe ich jetzt nicht ohne euch gebaut, das Einzige, was ich noch gebaut habe, ist, ich habe noch eine dritte Kälteanlage gebaut, zeige ich euch jetzt gleich, weil die zwei haben das nicht mehr geschafft, was wir hier machen, aber da geht uns jetzt die Energie aus, das heißt, wir müssen auf jeden Fall, ja, also wir müssen auf jeden Fall noch Energie, was mit Energie bauen, also ihr seht, da habe ich jetzt noch eine dritte Kälteanlage aufgebaut, genauso wie die anderen beiden, einfach hier das Haus nochmal gestellt, hier mit angekoppelt, über einen Wärmetauscher, ne, so, und wir haben einfach nicht genug Energie, fällt mir gerade auf hier, das müssen wir mal ändern, so, was macht denn der hier, 20 Grad kaltes Zeug, das funktioniert scheinbar, 52 hat das schon wieder, warum, ach, ich sehe warum, ja, wir haben einen Fehler, wir haben einen Programmierfehler, 21, 14, 13, verstehe ich jetzt aber auch nicht, warum das jetzt plötzlich so ist, ach, wir müssen das nochmal umprogrammieren hier, das stimmt irgendwas nicht, und zwar habe ich das nämlich gesehen, dass die Volumenpumpe läuft, wenn der Filter an ist, das heißt, wir müssen, in der Filtration, also wenn wir filtern, muss, muss die Volumenpumpe mit ausgehen, weil sonst, wird das nix hier, so, was haben wir hier, 43 Grad, also hier ist doch schon wieder irgendwas faul, ist doch schon wieder irgendwas faul hier, hä, das Wasser hat, 17 Grad, und fällt immer weiter, ja, 17,04 schon, verstehe ich nicht, so, wie sieht es hier aus, 41,7, so, warum ist das Wasser so kalt, also die Rohrleitung geht, das ist die Rohrleitung, die geht hier rüber, die geht hier lang, die geht hier runter, die geht hier durch, hier oben geht sie lang, und dann geht es die andere Seite wieder runter, das ist ein Bug, das ist ein Bug, ja, ich muss mal sehen, ob ich den Spielstand davor nochmal laden kann, dann habe ich zwar einiges nicht gemacht, und ist vielleicht irgendwas kaputt hier, aber, das kann nicht sein, dass das Wasser auf einmal kalt wird von alleine, es ist nichts da, die beiden Sachen hier sind verbunden, zeige ich euch, die gehen dann hier runter, und hier haben wir 16 Grad Wassertemperatur, und hier haben wir 16 Grad Wassertemperatur, warum? Wir haben 23 Grad in dem Raum, und hier hinten sind Radiatoren, wollt ihr mich jetzt verarschen? 16 Grad? Hä? Muss ich das verstehen? Verstehe ich nicht. Warum sind hier 16 Grad? In dem Raum sind 20 Grad, hier sind Radiatoren, das heißt, die Temperatur des Wassers müsste eigentlich nicht steigen, aber sie fällt, sie fällt immer weiter. Raffe ich nicht. Ich mache es jetzt mal ein bisschen warm hier, ne? Guck mal, was die alle für einen Schaden haben. Das mache ich gerade, einfach um noch mehr Wärme reinzulassen. So, jetzt gucken wir mal, was hier passiert. Mhm, Temperatur steigt wieder. Aber das kann ja nicht sein. Wir müssen das hier abkoppeln. Ich dachte eigentlich, dass wir damit, dass wir damit hier ein bisschen, ein bisschen Temperaturanpassung kriegen, aber es scheint nicht der Fall zu sein. über die Zeit geht das wohl nicht. Aber ich probiere es drüben bei den Duggies, baue die da an. Weil, ja, es muss irgendwie gehen. Weil die scheinen das hier zu doll abzukühlen. Aber es kann auch nicht sein, weil die haben 21 Grad. Ich meine gut, vielleicht haben sie lokal, vor Ort, sind die zu nah dran, wisst ihr? und machen es deswegen kalt. Das könnte natürlich sein. So, das ist hier auch alles gut. Ja, eine Leiter ist noch hingebaut. Hier, Stickstoff, Sauerstoff und Wasserstofffilter. Wir haben hier natürlich keine große Atmosphäre drin, außer Sauerstoff. Also, können wir N2 auch mal schon mal ausmachen. Das können wir dann auch noch automatisieren. Je nachdem, was für Mol da sind, wird angefangen zu filtern. Das müssen wir auch noch machen, weil das nervige ist ja, dass die irgendwann einfach leer laufen, die Dinger. Und die fressen halt Strom ohne Ende und die müssen halt nicht laufen. Und Strom ist aktuell wirklich noch ein Problem. Also, ich muss dann, ich werde dann offline noch einen zweiten Solarpark bauen. Das muss ich dann leider machen. Aber das ist kein Problem, das kriege ich hin. So, was haben wir denn hier? 23 Grad. Was haben wir an Wasser? 16,48. Okay. So, dann lass mal bitte hier noch mal zwei Hoshis dran bauen und hier noch und da noch. Woanders kriegen wir ja keine dran. Doch, hier kriegen wir noch welche dran. Na. So, jetzt mal gucken hier, was passiert jetzt hier? Ich meine, das sind 8000 Mol. Ja, das wird noch ein bisschen. Ich meine, wenn wir da jetzt Wasser reinhauen, was ein bisschen wärmer ist, dann ist die Temperatur wieder da. Ja, aber es ist trotzdem echt heftig. aber hier passiert gar nichts gerade. Also, die Duggies hier vorne sind alle gestorben, weil es war ihnen hier zu kalt. Aber die sind jetzt wieder da. Das ist gut. So, hier habe ich jetzt überall schon Dünger drin. Da kommen dann die Tomaten rein. 16,43, jetzt passiert hier gar nichts. Ich verstehe es nicht. Hanshaft. Was ist hier los? Ich meine, jetzt ist es stabil. Das ist okay. Das ist okay. Hauptsache, die Raumtemperatur fällt jetzt nicht zu sehr. Doch, die fällt jetzt. Aber wir haben ja die Hoshis hier. Und im Notfall könnte er natürlich ausgehen und wir kriegen von der Sonne her und vom heißen CO2 kriegen wir ja noch was ab. Das ist wieder so ein Thema. Wir müssen die CO2-Versorgung auch noch bearbeiten. Da stimmt der Code nicht. Okay, aber das können wir jetzt schnell noch ändern. Das machen wir gleich. Und zwar, so weit der Filter läuft, wird die Pumpe ausgeschaltet. Das ist wichtig. Das ist der einzige Weg, den wir haben. Und zwar, gucken wir mal, importieren wir das mal? Nein, wir brauchen die Fabrik. Importieren. Und zwar, beim Füllen, genau, das ist das Füllen. Dann machen wir es wie PIP, PAM, und Null. Ja, weil sonst geht die blöde Pumpe an und fummelt uns hier dazwischen. Das wollen wir nicht. So, gucken wir mal, was haben wir hier? Licht können wir mal ausmachen. Ja, jetzt ist die Pumpe auch aus. So, jetzt gucken wir mal hier, wie sieht es aus? H2 haben wir 66 Mol, Sauerstoff haben wir 1100. Oh, wie viel MPA hatten wir? 500. Okay, dann könnten wir jetzt theoretisch wieder Tomaten pflanzen, wenn hier die Temperatur stümmeln würde. 28, 8, das muss noch ein bisschen kühlen, das ist noch, noch nicht gut. Ja, der muss jetzt natürlich auch kühlen hier und das wird natürlich gar nichts werden. Dann wird der natürlich hier wahrscheinlich steigen. Ja, sie halten gegen die Kühler. Sie halten gegen. Naja, sie steigt. Okay. Gut, dann lassen wir den jetzt mal ein Zyklus laufen und dann kühlen wir erstmal das CO2, was wir haben, weil das wird nämlich jetzt gerade in den Raum appliziert. Da haben wir jetzt 21,8. Wir müssen uns mal noch mehr Anzeigen bauen. Wir brauchen hier mal noch eine Temperaturanzeiger. Aber wir hatten ja noch, ich hatte ja noch Konsolen, da brauchen wir bloß die Dings bauen. Den Gas Dingsbums und den drehen wir das hier einfach um und schreiben da noch die Temperatur des Tanks da drunter, weil da brauche ich dann schon mal reingucken. 29 Grad. Naja gut, 29 Grad sind erstmal nicht schlimm. Das heißt, das können wir erstmal zumachen und können den jetzt weiter kühlen lassen. Ich muss jetzt nochmal nach der Dings gucken, nach der Energie. Also wir haben hier eine riesen Energieanlage. Seht ihr ja schon. Und da bin ich jetzt auf den Berg gestoßen. Und da habe ich hier schon angefangen im Dunkeln hier zu bauen, aber hier muss ich den ganzen Berg wegräumen, da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen, da ja unsere Basis jetzt eh nicht groß weiter wirkt, sage ich mal, habe ich mir überlegt, ob wir hier irgendwie noch weiter ausbauen und vielleicht noch eine zweite Reihe davor stellen. Da ist dann die Frage, ob die sich dann im Weg stehen oder nicht. Weiß ich noch nicht. Aber da müssen wir auf jeden Fall was machen. Die könnten wir ja theoretisch hier unten noch hinstellen. Hier unten eine Reihe noch. Dann stehen sie sich auf jeden Fall nicht im Weg. Ja, das mache ich dann noch. Das mache ich dann die Tage noch. Lampen leuchten. Ach so, ja, die Lampen, die könnten wir ja eigentlich auch mal ausmachen, wo wir sie nicht brauchen. Die brauchen wir zum Beispiel nicht hier, aber die kann ich jetzt von hier aus nicht ausmachen. So, 22,1 haben wir im Raum. Jetzt gucken wir mal die Wassertemperatur. 16,2,1. Was hatten wir vorhin? Ach, ich weiß nicht mehr. Ich muss mich jetzt mal aufschreiben. Ich muss mich mal aufschreiben. 16,2,1. Wo sind denn meine Zettelei hier? Ach so, okay. Da wird schon 16,2. 16,2,1. Habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben. Es wird immer noch weniger. Was? 16,18. Ja, hier ist ein Bug. Hier ist eindeutig ein Bug. Also das ist in einer Atmosphäre, die 22 Grad hat. Bei 97 kPa. Das heißt, wir haben hier drin auch Druck. Und das Wasser wird kalt. Hä? Warum? Nochmal. Wir haben eine Verbindung zwischen diesen Kisten. Hier lang. Schapper, schapper, schapper. Hier oben raus. Da, ba, 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 ba. Da runter. Ja. Dann hier wieder runter. Hier sind Radiatoren in einem warmen Raum. Und dann geht es hier zu den Hoshis. So, fertig. Das war's. Dazwischen ist nichts. Dazwischen ist nur die hier. Und die macht ja nichts. Es wird weniger. Schon wieder. Da oben, die sind alle zu. Ich weiß nicht, warum das so ist. Wir haben keine Wasserkühlung angebaut. Wir haben keine Raumkühlung an, die jetzt irgendwie ohne Ende kühlen wird. Also die ist jetzt an hier. Aber, ja. Die ist ja nur an, weil wir hier warmes CO2 reinfüllen. Aber warum wird unser Wasser kalt? Ich verstehe es nicht. Da ist doch nichts drin. Gut, okay. Wir lassen das Thema, würde ich sagen. Ich muss mich dann, dann werden die Dagas jetzt wieder sterben. Aber ist egal. Wir haben ja noch ein paar. Da muss ich mich nochmal im Forum, im Forum sag ich schon, im Discord nochmal mit Matti unterhalten. Da stimmt was nicht. Ja, also das Wasser darf nicht kalt werden. Weil, wovon soll es kalt werden? Der Raum ist warm, der andere Raum ist warm. Das kann ich, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Es ist nicht möglich, dass das Wasser kalt wird. Also gut, ich könnte jetzt mal versuchen, zu trennen. Hier die Wasserleitung. Pass mal auf, ich trenne das mal. Ich trenne die mal und dann gucken wir mal, woher das kommt. Von welchem Strang das kommt. Aber wir trennen die mal. So. Und jetzt gucken wir mal, von welchem Strang die Kälte kommt. Das muss ja jetzt, äh, 16, 12, 16, 13, 14, 15. Okay, es kommt also nicht von dem Strang, sondern es kommt von hier. 16, 5. 16, 6. Jetzt steigt es wieder. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Okay. Ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Es fällt wieder. Alter, das ist... Äh? Okay. Ich habe einen Bug gefunden. Sehr schön. Na, Juti. Okay. I have a dream. Oh, in dem früher hat man gesagt, I have a dream. Heute sagt man, I have a dream. Ja, nee, das Stream haben wir nicht. Wir haben ein Video gedreht. Äh, ja. Ich muss jetzt erstmal mit Mädchen sprechen hier. Das stimmt irgendwas nicht. Und, äh, ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ist jetzt mal fünf Minuten kürzer, aber wir haben ja eigentlich genug gesehen hier und rumgespielt. Gut. In der nächsten Folge wollen wir dann mal weiter automatisieren. Und noch ein paar, äh, Dings bauen. Ein paar Konsolen und dann gucken wir mal, dass wir das mit dem Wasser hinkriegen, weil das sieht mir gerade voll auf dem Zeiger. Aber das finde ich noch raus. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. Euer Chris.